Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Staxl. Die könnten wir auch da herstellen. Ich finde dieses Regal einfach super. Wir haben das letzte Mal angefangen und am Ende bin ich darauf gekommen, wie ich dieses Regal benutze. Finde ich toll. Oh, eine Kerze. Hier müsste echt mal aufgeräumt werden. Wir haben doch einen Hammer. Nehmen. So. Was passiert jetzt, wenn wir mit dem Hammer... Okay. Okay, kann ich nehmen. Kann ich auch nehmen. Gut, dann machen wir das mal weg und räumen wir hier ein bisschen auf. Ich weiß, wir haben auch einen Auftrag gekriegt. Machen wir noch. Machen wir garantiert noch. So. Nehmen wir. Nehmen wir. Passt. Den nehmen wir jetzt auch noch mal auf. Den lassen wir nicht da. Ah, okay. Okay. Passt. So. Nehmen wir. Die Löcher im Haus müssen wir auch irgendwie stopfen. Oder wir bauen uns gleich ein neues Haus. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Na ja. Wobei, so geht's ja eigentlich. So. Wir haben jetzt... Ne. Passt nicht rein. Die könnte man jetzt einfach mal hier herstellen. Das könnte man hier herstellen. Süß. Gefällt mir. So, jetzt haben wir zumindest die Spinnweben hier mal weg. Das Haus ist zwar immer noch irgendwie löchrig und so. Kann man damit was machen? nur zu brechen. Okay. Ne Schaufel. Ne Hake. Namensformular. Die Famalitzen. So. Ne, das suche ich gerade nicht. Was war das? Ähm... Oh. Okay. Fallen lassen ist cool. Gut zu wissen. Mit Tab komme ich ins Inventar. Da kann ich sie übrigens auch so rumschieben. Da sehe ich, was wozu da ist, beziehungsweise was es alles gibt. Cool. Errungenschaften, die ich machen darf. Aha. Startgegenstände. Interessant. Ach, was ich so kochen kann. Cool. Und wie ich es herstelle. Aha. Eine Säge von Lamba. Interessant. So, was war da noch? Steuerung. Das war ja... Item Schnelltasten. Ist klar. G. Tab. Okay. Das wissen wir eh noch alles. Genau. Mit Tab kommen wir da rein. Da kommen wir eben auch da oben hin zu den Errungenschaften. So. Wir haben hier einen Tonkrug. Wir haben einen Huhn in der Kiste, wo ich noch nicht weiß, was ich damit mache. Die Gießkörner haben wir, die können wir auch nehmen. Und jetzt gehen wir mal raus. Unsere Katze hat nichts mehr zum Essen. Wir müssen mal eben, glaube ich, Katzenfutter besorgen. So. Da ist der Supermarkt. Gehen wir halt mal rein. Alle bitten mich immer Sachen für sie zu erledigen. Tja. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Manchmal ist es jetzt auch schwer alles pünktlich. Ja. Soll ich da helfen bei irgendwas? Was? So. Was haben wir denn da? Fangkiste. Hühnerschild. Schweine in der Kiste. Tierfutter. Gut. Schaf in der Kiste. Aha. Aha. Versandkatalog. Okay. Oh Mann. Ach du Scheiße. Ähm. Mhm. Moment. Wo waren die Rezepte? Da. Ja. Salat, Tomate, Gurke, Kohl. Oder. Da brauche ich nur ein Ei. Karotte und Milch. Aber ich habe noch keine Milch. Rübe und Wasserkrug. Ich könnte noch Rüben kaufen. Naja. Wobei. Rüben habe ich ja. Kann ich die wieder einsetzen? Keine Ahnung. Hallo Oskar. Hallo Oskar. Ah, wenn ich gedrückt halte, macht er weiter. Okay. Riecht auch Samen raus? Ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir mal. Müsste ich ja eigentlich, oder? Ach, das ist so eine Musikpflanze. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Okay. Da brauche ich eine Axt. Okay. Einen Hammer. Und da ist ein Baum. Okay. Kann ich da überall? Ach, das ist ein Stuhl. Okay. Eine Spitzhacke. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, was wir alles haben. Ein Ahorn. Einmal das da. Tierfutter. Also so kriege ich nicht wirklich Samen. Aber das ist halt Glück. Okay. Was haben wir da? Aha. Ein angefangenes Gebäude, oder was? Kann ich das mit dem Hammer abbauen? Kann ich das mit dem Hammer abbauen? Ups. Okay, das geht dann einfach so. So. Sehr praktisch. Das heißt, ich muss nicht auf jedes Teil draufhauen. Ich brauche eigentlich nur die Taste gedrückt halten. Cool. Okay. 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 Passt. Ein Sumpfstein. Okay. Ein Sumpfstein. Okay. Okay. So. Das heißt, das ist quasi der Boden, den ich da gerade rausrupf. Ist aber recht angenehm gemacht. Das geht damit super einfach. Und man kann es auch schön steuern. Ich meine, gut, ich kann jetzt nicht steuern, ob er nach links oder rechts springt. Oder beide Richtungen. Cool. So einfach kann man das abgerissen. Das ist cool. Aha. Und was ist damit? Eine Hacke. Okay. Okay. Ein Sitzbaumstamm. Lose Ziegelsteine. Okay. Ah, ein Pflastersteinpfad. Dann kann man es auch neu verlegen, wie man will. Cool. Das ist ja cool. Okay. Das geht also schön einfach. Schaut so jetzt momentan doof aus. Aber egal. Ich kann damit alles so machen, wie ich will, im Prinzip. Okay. Ja. So. Das ist das Beet. Oskar, geh weg da. Darf der einfach so vom Grundstück rumrennen? Ach so, wenn ich das richtig sehe, mach der gerade sauber. Das ist okay. Mach weiter, Oskar. Hallo, Oskar. Was heißt noch eine Störenfried? Oskar ist mein Name. Ich behalte dich im Auge. Ja. Ist ja okay. Tschüss. Er schwindet. Okay. Miss ist fröhlich. Okay. Okay, da nicht. Machen wir mal kurz hier mal so ein bisschen frei. Okay? Jetzt rennt mir dieses Katzen-Ding nach. Ich bin kein Katzen-Fan. Ich habe nur das geringere Übel gewählt. Also eine Spitzhacke, da könnte man hier Steine abbauen. Wir sollten aber irgendwie einen Kuhstall bauen oder sowas. Puh. So. So, jetzt haben wir sie hier zumindest schon mal sauberer. Also aufgeräumter. Der Maus schaut schon besser aus. Der Haaraußen schaut schon besser aus. Finde ich gut. Kränzenlosen Ziegelsteine haben wir aufgenommen. Kränzenlosen Ziegelsteine haben wir aufgenommen. Ich werde sie selber wieder hinsetzen. Bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher. Was ist das? Ein Fass. Okay. Ich werde müde. Ja gut, dann. Ich habe hier einen kleinen Teich. Cool. Ich gehe ja gleich ins Bett. Damit haben wir uns schon Teil unserer Form angeschaut. So Missy, du bleibst da heraußen. Boah. 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 Also dann gehen wir mal schlafen. Und so. By renaming from town hall redeem your animals. Ja. So. Weiter mit Lea. So. Raus aus dem Bett. Sehe ich das richtig? Dass es regnet. Ja. Super. So. Ich habe ja eine Schaufel. Die probieren wir jetzt als nächstes aus. Hol. Okay. Ist auch relativ einfach gehalten. Aber wieso, wenn ich so eine große Fläche habe? Achso, dann nimmt man nur diese gerade quasi. Okay. 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 Oops. Okay. Okay. So, machen wir das so. Passt. Und da auch. Okay. Okay, es geht auch so, so schnell. Okay. Wie kriege ich da jetzt einen Block rein? Moment, Tab. Das ist ja ein normaler Erdblock. Okay. Okay. Geht leicht. Also es ist einfach kalten. Find ich gut. Und das mit in einer Reihe ausgraben finde ich überhaupt gut. So. Gib her. Komm her. Wir machen heute Grabstunde mit. Ich wollte mal was bauen, glaube ich. Cool. So. Wir haben grobe Steinwege, wir haben langes Waldgras. Wenn ich jetzt was bauen wollte. Dann. Mhm. 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 Okay. Okay. Da haben wir auch solche Sachen, die wir schon haben. Okay. 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 Reden mit dem Pfarr. Weiß ich nicht. Zieh dich um. Okay. Ohne in einer Kiste. Die liegen Eier. Okay. Missi? Was gibt's dann? Ist hungrig. Ja. Ja. Wir haben es gedacht. Ist fröhlich. Gut. So. Wenn wir. Hm. Ja. Ja. Jetzt was bauen wollten. So. Wir waren ja beim Bürgermeister. Hallo Rosemary. Ähm. Hallo du. Hallo Rosemary. Ja. Ja. Okay. Sehr gesprächig. Ach hier kann ich was montieren. Äh. Ach den Tisch kann ich also mit benutzen quasi. Okay. Ach so jetzt gehen wir mal kurz zu den Händlern. Ich war nicht neugierig. Was haben sie denn da alles? Zeitgenössisches Doppelbett. Hi Holly. Ach so. Okay. Also du hast Samen. Katzenhemd. Trägertop. Also da kann ich andere Kleidung kaufen. Hunde in der Kiste. Da kann ich Tiere kaufen. Hühnerstall. Erdblock. Ah. Du hast Blöcke. Okay. Deswegen heißt es doch Brick. Okay. Verstehe. Was haben wir da alles? Fenstertüren. Blöcke fürs Haus. Zäune. Okay. Gras Samen. Gras Samen. Packung. Tischsäge. Werkbank. Da werden wir definitiv noch was brauchen. Hallo Alisa. Ich habe eine Pharma Lizenz. Ich habe eine Pharma Lizenz. Muss ich jetzt mit der Pharma Lizenz herkommen? Mitnummern. Mitnummern. Schön gemacht. Ich bin einfach mal neugierig. Hallo Oskar. Achso, dich kennen wir ja schon. Weißt du, was jetzt perfekt wäre? Ein riesiges Sandwich mit allem drum und dran. Ja. Finde ich auch. Bett. Kleiderschrank. Okay. Schaut aber auch schön aus. Es gibt Badewannen. Cool. Ja, man muss ja mal schauen, was es so gibt. So schaut ein Briefkasten aus, wenn was drinnen ist, gell? Mhm. Das hier müsste Zgustos sein. Genau. Hallo Rowan. Danu. Ja. Was kann ich heute für dich tun? Ähm. Life hat ein paar Schwierigkeiten. Okay. Lass uns plaudern. Warum? Achso. Okay. Okay. Also die Gerüchteküche der Stadt. Life hat also Probleme. Da wollte ich hin. Genau. Stachsel. Ja. Hallo. Noch gar nicht. Ach, Alisa war das. Genau. Gut. Das heißt, ich brauche jetzt wirklich die Pharma-Lizenz und muss zu Alisa. Okay. Okay. Das sieht auch toll aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. So. 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 Also, was haben wir jetzt hier alles? Das kann man hier platzieren. Das kann man hier platzieren. Das kann man hier platzieren. Kann man hier platzieren. Kann man hier platzieren. Und dafür nehmen wir die Pharma-Lizenz mit und gehen jetzt zur Alisa. Und die Müsster. Wenn wir da einen Platz haben... Genau, da ist sie ja. So, ich habe eine Pharma-Lizenz. Ja? Ja? Ja, ziel schon. Okay. Hau sie einfach in den Boden und pass auf, dass sie richtig rumdrehst. Okay. Okay. Pff, okay. Okay. Ah, ich kriege eine Axt. Dankeschön. Okay. Ja, dann gehen wir uns mal Holz besorgen, würde ich sagen. Kann mir jeden Baum fallen? Moment. Okay, das gab Rohholz. Nehmen wir mal den Baum hier. 27 Euro halt. Okay, ja, der hat sich ausgezahlt. Ja, doch. Gehen wir gleich wieder zu ihr. Schauen wir mal, ob das Holz reicht. So. Ja, natürlich bin ich bereit vom Meister zu lernen, sonst wäre ich doch nicht hier. Bestandteile, Blaupause oder Rezept und Handwerkstationen. Okay. 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 Okay, das heißt, wir haben jetzt hier eine Baupause. Einprägen. Okay. Okay, ich habe jetzt ein Rezept gelernt. Ne, das ist Essen. Wo finde ich denn jetzt? Ich meine, ich muss ihn ja theoretisch irgendwo hier auch finden. Ah, da, leerer Druck. Sechs Bauholz. Das ist Rohholz. Wo bist denn Alisa? Alisa? Hilfe? Mhm. Ist es das? Okay. Okay. Ist eigentlich klar. Mhm. Mhm. Ja. Ah, links ist, äh, die sind die rechts. Okay. Mhm. Ah, ich krieg immer das Zeug. Okay. Siegetisch an. Okay. 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 Also, ich soll an der Sieger anfangen. Platzieren. Platzieren wir sie mal. Ein paar Holz. Noch ein paar Holz. Noch ein paar Holz. So. Ja. Sechs brauchen wir. Eines noch. So. Okay. Hammer. Also, sechs Bauholz. Also, sechs Bauholz. Was ist das? Was ist das? Nägel. Platzieren wir mal. Stroh. Oh, also Heupallen. Bauholz. Wie kommen wir zu Feinlamba? Hm. Feinlamba. Zwei Bauholz. Ziege. Ah, okay. Das heißt, ich brauche doch nochmal, ähm, das hier. Ziege. Machen wir es mal so. So. Nimm man, nehmen, nehmen. Hinxter. Plazieren. Säge, Säge nehmen, platzieren, montieren, einen leeren Druck nehmen, nachdem wir alles zweimal haben, gehe ich davon aus, wir brauchen es noch einmal. So, Säge, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und da schauen wir dann, wie wir diese Scheune bauen. Aber jetzt, oh, ich falle dann einfach so rum? Okay. Gut, ich habe jetzt hier im Boden geschlafen. Ist auch okay, glaube ich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sonst schlafen wir nicht am Boden. Ein Lampa haben wir da. Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Bauholz. Das können wir noch holen. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal dann. Ich sage Tschüss, Tschau und Baba. Bis dahin.